Die TSG 1899 Hoffenheim muss am vierten Spieltag der UEFA Champions League bei Olympique Lyon antreten, Juninho Pernambucano wird dann, zum Glück für die Kraichgauer, nicht mehr dabei sein. Denn der ehemalige brasilianische OL-Star galt seinerzeit als einer der besten Freistoßschützen der Welt. Im Video oben könnt ihr euch zwei absolute Traumtore des Edeltechnikers aus der Königsklasse anschauen. Einmal zappelten der Ball und Oliver Kahn im Netz, einmal hämmerte Juninho das Leder gegen Werder Bremen und Andreas Reinke in die Maschen. Mehr zu Lyon vs. 1899 Hoffenheim Untertitelung des ZDF für funk, 2017